Musik Viel zu ruhig hier Viel zu ruhig Das ist viel zu ruhig hier Und ich hasse es, wenn ich geschreckt werde Und irgendwie habe ich es gerade in den Balls, dass ich gleich geschreckt werde Okay, das ist gut Ja, das wäre eine Idee Warte mal, da stand was Irgendwie anmachen, den Scheiß hier Ah, da haben wir was Gut Ah, Sam, der faules Sack, ist aber nicht da Was ist das für ein Dreck Warte mal, hier ist was Behälter Ah, Silizium Das hört sich schon mal prinzipiell gut an Chitin Whatever das ist, nehmen wir mit Da drüben ist noch was Also abstauben kann man hier gut Das ist schon mal sicher Aber was ich hier sonst machen soll Weiß ich noch nicht so genau Licht wäre jedenfalls immer nicht schlecht Was für ein Scheiß da alles Noch eine merkwürdige Alien-Maschine Was soll das alles? Das denn? Oh, da kann man drauf drücken, geil Das ist im Arsch wahrscheinlich Alien-Gerät haben wir auch Was gibt's denn noch so Da ist was Wie erwartet Noch eine merkwürdige Alien-Maschine Hm, ach was Es gibt nur einen Weg mehr herauszufinden Sie wollen sie doch nicht etwa anschalten Warum denn nicht? No risk, no fun Es wird ein Fehler sein, ich spüre es schon Sieht wie ein Generator aus irgendwie Ich geh lieber weg da Bummst sicher gleich, oder? Ne, läuft Wir haben Licht Was ist das da? Ja klar, warum auch nicht? Vielleicht hat er irgendwas gemacht Hm Mit dir, du bist im Arsch Da haben wir noch was Sieht aus wie ein Schuhputzer Oh Da ist wohl eine Sicherung durchgebrannt Sogar die Gerätschaften wollen uns erledigen Schauen wir mal, was das da kann Oh, fuck Mist Genau Alarm oder was? So, was bedeutet Alarm? Dass ich sicher gleich Besuch krieg Was ist das da? Ist auch kaputt Alles kaputt hier Dann gehen wir halt wieder raus Alarm hin oder her Aber hier sehe ich keine Sau Von daher Läuft Hey, die Tür hat sich geöffnet So, wir nehmen sowieso immer alles Ja, die Tür hat sich geöffnet Das ist interessant Äh Das ist da oder was? Ist das ein Eine Art Forschungslabor? Möglich Und dann hat es ein Tornado erwischt Gibt gut was abzubestauben hier Sogar ziemlich was zum abstauben Merkwürdig Was auch immer das hier ist Auf der anderen Seite der Tür ist jede Die selbe Sprache wie die Aliens Wow Alter, fick dich Du kleiner Stinker Steht der wieder auf Also jetzt auch noch Killerroboter? Den Gap zu Hause wird es hier gefallen Was ist denn stinkt hier? Seine Wunsch Durchgebrannt Das könnte eine Art Konsole sein Für diese Tür Sie ist vielleicht nicht umsonst geschlossen Irgendwie gefällt mir das nicht hier Irgendwas wird mich glaube ich erschrecken Ich weiß das jetzt schon So, wir kriegen die Bude hier auf jetzt Oder mein, da war was Da war was, da war was Ne, nur draufklappeln Irgendwie aufkriegen den Scheiß hier Macht man die Bude auf hier Oder kann ich das nicht? Ich glaube ich soll da reingehen Bin mir nicht sicher Naja, hier kommen wir nicht rein Aber ich glaube hier soll er ja gar nicht rein Gehen wir da rüber Hier kommen wir nicht rein Sind Sie sicher, dass Sie sich hier drin nicht aufsehen wollen? Alter, sicher will ich aber Da kann man ja nicht rein, was soll ich machen? Lustiger du Keine Ahnung, wie man da reinkommt Hm Nein Keine Ahnung Ich kann hier irgendwie nichts machen Gehört vielleicht aus so, keine Ahnung Hm Hier geht es definitiv nicht rein Zumindest habe ich keine Ahnung Wie So, Junge, wenn es da nicht rein geht Dann verpissen wir uns wieder Was ist das da? Was noch? Hier irgendwas anschalten oder so Hier irgendwas anschalten oder so Oh, Feinde Oh, Feinde Oh, wieder Feinde hier Oh, verdammt Oh, nicht das Mistviech wieder Sie haben einen funktionierenden Hinternbleiter Na, komm her, du So Verfolgen diese Dinger uns? Hilf sich langsam so an Ist das so mistfähig? Weg von meinem So, das kennen wir mal, weil die Hat es nicht geheißen, dass wir der letzte? Na, Fall da, du Oh, ja Das ist eine Idee Wie schaltet ihr den Scheiß ein? Oh, das so Ja 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 Rechte Seite Hören Sie das? Ja Funkrauschen Aber es ist ein Muster Das Rauschen wird lauter Was wollen Sie? Neufo Rickhands Ich verstehe Sie nicht Ich komme aus dem Lichtstrahl Sie haben Tolerat Dog Wir kommen in Frieden Wir brauchen Hilfe Unser Schiff ist abgestürzt Und Schatz Wo schaust du, du Boah Hilfe Durchhalten, Greer Wir kommen Halten Sie Ihren Kopf unten Umzingeln, Liam Errechte Todeszone Da kommen Sie nicht raus Kopf raus, du Pisser Geschafft Gott sei Dank Ich habe an mein Mikro geklopft Und gehofft, dass es jemand bemerkt Geht es Ihnen gut? Ja Wo sind die anderen? Kirkland ist tot Aber Fischer lebt Er ist bei der Absturzstelle Er hat ein gebrochenes Bein Und braucht Hilfe Ich sehe mich nach Vorräten um Und gehe dann zurück Bleiben Sie dort, wenn Sie angekommen sind Wir suchen das Shuttle meines Vaters Viel Glück Ich kann es kaum erwarten Von diesem Hause runterzukommen Ja, das ist äh Richtig Hier passt es mir auch nicht recht Scheiß zu Hause hier Toxikität 3 Okay Das äh Hört sich nicht so schlecht an Zu dem Fragezeichen Da könnte man noch gehen Whatever das ist Wow Irgendwer sagt mal Hier sollte nicht runter Vorsicht Ein bisschen Kackgegend ist das schon hier da Na schön Wo müssen wir hin? Am besten ist ich dann da rauf Wo Schleicht die denn Ah, warte mal Was ist das denn? Ah Ja, dann gib mir doch gleich das Sturmgewehr Haha Wesentlich besser Was haben wir noch? Okay Oh, das reicht mal so So Also, das hätten wir geklärt Bleibt nur mehr die Karte So, jetzt müssen wir da rechts rum und dann sollte das hinhauen Also da Danksam kommen wir mit dem Marker Zumindest sind wir zurecht Man muss echt So, du kleiner Pisser Haha, Schisser Ja versuchen können sie es ja naja ich arbeite dran der einzel schuss ist besser das merke ich schon ne übertreibs nicht gleich ich hab das schon alle die Kavallerie war also noch rechtzeitig hier schön sie zu sehen gleichfalls Harry wie geht es ihnen alle noch in einem Stück sie sind gerade rechtzeitig gekommen wo ist mein Vater er wollte die Gegend auskundschaften während wir das Shuttle reparieren Ryder beim Shuttle finden sie Waffen und Munition decken sie sich ein haben die Dinger überhaupt versucht mit ihnen zu reden nicht wirklich sie haben einfach das Feuer eröffnet wie war es bei ihnen so was haben wir denn hier wir haben versucht nett zu sein leider haben sie nicht mitgespielt oh verdammt feindliches Schiff im Anflug in Deckung schnell die können ruhig kommen die kriegen aufs Maul sie haben echt Eier sie versuchen einen Abwurf nicht nachlassen das sind ein bisschen viele auf Granaten schießt du Arsch wo akzeptieren sie es einfach Achtung da kommt noch ein Shuttle bei diesem Wetter ich schätze wir haben ihre Aufmerksamkeit erregt sind das Runde schön wärs sie können sich irgendwie tarnen sie verarschen mich doch also Granaten wir nicht recht schlecht was ist denn das eigentlich was ist denn das was ist denn das für ein Fettsack ich krieg diese Dinger nicht ins Visier na komm schon raus wir machen wieder mal nen Cut wenn es euch gefallen hat abonniert mich liked mich schreibt nen Kommentar ich würde mich wirklich drüber freuen bis zum nächsten Mal euer Zock Andy von Gameplay Deluxe tschüss musik Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018